Titeltraum geplatzt. Der FCK unterliegt Bayer Leverkusen. Bericht zum DFB-Pokalfinale 2024. Am gestrigen Samstagabend im Berliner Olympiastadion fand eines der meist erwarteten Spiele des Jahres statt. Das DFB-Pokalfinale 2024. In einem packenden Duell standen sich der FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen gegenüber. Tausende von Fans der Roten Teufel hatten gehofft, die lange Durststrecke ihres Vereins zu beenden und den ersten großen Titel seit Jahren zu gewinnen. Am Ende jedoch sahen sie ihre Hoffnungen zunichte gemacht, als Bayer Leverkusen nach einem spannenden Spielverlauf als Sieger vom Platz ging. Ein packender Auftakt. Bereits im Vorfeld des Spiels lag Spannung in der Luft. Die Anhänger des 1. FC Kaiserslautern, die eine lange und beschwerliche Reise hinter sich hatten, fühlten sich im Olympiastadion wie zu Hause. Rot-weiße Farben dominierten das Stadion und die Gesänge der FCK-Anhänger sorgten für eine unvergessliche Atmosphäre. Die Vorfreude auf das DFB-Pokalfinale war in jeder Ecke der Stadt zu spüren. Die erste Halbzeit. Der Anpfiff erfolgte pünktlich um 20 Uhr durch Schiedsrichter Felix Brisch. Beide Teams begannen das Spiel mit hohen Erwartungen und zeigten von Beginn an ihr Können. Bayer Leverkusen, das unter Trainer Xabi Alonso eine herausragende Saison hinter sich hat, setzte den FCK früh unter Druck. Bereits in der 10. Minute konnte Bayer Leverkusen durch einen gekonnten Spielzug die erste Großchance verbuchen, die vom Kaiserslauterer Torwart jedoch erfolgreich pariert wurde. Der Anz, FC Kaiserslautern, zeigte sich keineswegs eingeschüchtert und antwortete prompt mit schnellem Umschaltspiel. Besonders auffällig war dabei ein Konter in der 15. Minute, bei dem die Lauterer nur knapp am gegnerischen Tor vorbeischrammten. Trotz dieser spannenden Momente endete die erste Halbzeit torlos, doch das Tempo und die Dramatik des Spiels ließen die Fans auf ein ereignisreiches zweites Drittel hoffen. Die entscheidenden Minuten in der zweiten Halbzeit. Die zweite Halbzeit begann wie die erste, mit hohem Tempo und vielen Torraumszenen. In der 55. Minute konnte Bayer Leverkusen durch einen präzisen Schuss von Musa Diaby in Führung gehen. Die Freude der Leverkusener Fans war grenzenlos, doch Kaiserslautern reagierte schnell. In der 62. Minute gelang es dem 1. FC Kaiserslautern durch einen Treffer von Philipp Herrscher, den Ausgleich zu erzielen, was die Stimmung im Stadion auf den Höhepunkt trieb. Doch Bayer Leverkusen zeigte sich unbeeindruckt und schlug erneut zu. In der 75. Minute erzielte Nadiem Amiri nach einer brillanten Vorlage das 2-K-1 für Bayer Leverkusen. Der FC Kaiserslautern versuchte alles, um das Spiel wieder auszugleichen, doch die Abwehr der Werkself stand wie ein Bollwerk. In der Nachspielzeit konnte Bayer Leverkusen dann noch einen weiteren Treffer erzielen, der das Spiel endgültig entschied. Jeremy Frimpong markierte den Endstand von 3-Ko-1. Die Reaktionen nach dem Spiel, die Enttäuschung auf Seiten der Lauterer war greifbar. Kapitän John Zimmer zeigte sich nach der Partie niedergeschlagen, betonte jedoch den Stolz auf die Leistung seines Teams. Wir haben heute alles gegeben und können erhobenen Hauptes den Platz verlassen. Natürlich ist die Enttäuschung groß, aber wir werden gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen. Trainer Dirk Schuster lobte ebenfalls die Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft und verwies darauf, dass allein das Erreichen des DFB-Pokalfinales bereits ein großer Erfolg für den 1. FC Kaiserslautern sei. Auf der anderen Seite jubelten die Leverkusener frenetisch. Trainer Xabi Alonso äußerte sich zufrieden, hob die geschlossene Mannschaftsleistung hervor und widmete den Sieg den Anhängern der Werkself. Dieser Triumph gehört unseren Fans, die uns das ganze Jahr über unterstützt haben. Wir haben heute gezeigt, was in uns steckt und sind überglücklich, diesen Titel gewonnen zu haben. Rückblick auf die Pokalsaison. Dieses Finale markierte das Ende einer bemerkenswerten DFB-Pokalsaison. Der 1. FC Kaiserslautern hatte auf seinem Weg ins Finale mehrere überraschende Siege errungen, darunter auch den Triumph über Borussia Mönchengladbach im Viertelfinale und den knappen Erfolg im Halbfinale gegen den Hamburger SV. Bayer Leverkusen hingegen marschierte souverän durch das Turnier und konnte im Halbfinale den FC Bayern München aus dem Wettbewerb werfen. Besonders bemerkenswert war das Spiel des FCK im Viertelfinale gegen Gladbach, welches nach einem spannenden Elfmeterschießen entschieden wurde. Dieser Sieg unterstrich die Kämpfermentalität und das Durchhaltevermögen des 1. FC Kaiserslautern, Eigenschaften, die das Team bis ins Finale trugen. Ein Blick nach vorne. Für den 1. FC Kaiserslautern bedeutet diese Niederlage zwar einen Rückschlag, spricht aber auch Bände über die positive Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren. Der FCK hat sich seinen Platz in der deutschen Fußballlandschaft zurückerobert und wird zweifellos alles daran setzen, in der kommenden Saison erneut anzugreifen. Trainer Dirk Schuster, der maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt war, wird auch in der kommenden Saison auf die Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten setzen, um die Mannschaft noch stärker zu machen. Bayer Leverkusen hingegen kann auf den ersten großen Pokalerfolg seit Jahren zurückblicken und wird diesen Schwung mitnehmen, um auch in der kommenden Bundesliga-Saison und den europäischen Wettbewerben erfolgreich zu sein. Trainer Xabi Alonso hat bewiesen, dass er das Team formen und zu Höchstleistungen antreiben kann. Eine ausgezeichnete Ausgangsbasis für die zukünftigen Herausforderungen. Der DFB-Pokal, ein besonderer Wettbewerb. Das DFB-Pokalfinale 2024 war ein weiterer Beweis für die Faszination und Einzigartigkeit dieses Wettbewerbs. Der Pokal bietet unterklassigen Teams die Möglichkeit, gegen die Großen des deutschen Fußballs zu bestehen und unvergessliche Momente zu erleben. Für Vereine wie den 1. FC Kaiserslautern, die sich im Wiederaufbau befinden, ist der Pokal weit mehr als nur ein Titel. Er ist eine Plattform für Heldenmut, Überraschungen und Geschichten, die noch jahrelang erzählt werden. Fazit. Obwohl der 1. FC Kaiserslautern im diesjährigen DFB-Pokalfinale den Titeltraum nicht verwirklichen konnte, war das Spiel dennoch eine großartige Werbung für den deutschen Fußball. Es zeigte, wie eng sich vermeintlich ungleiche Gegner bekriegen können und welche Emotionen solche Duelle hervorrufen. Die Fans können mit Stolz auf ihr Team blicken, es erbt, dass trotz der Niederlage eine bemerkenswerte Saison spielt und sicherlich in der kommenden Spielzeit erneut auf Titeljagd gehen wird. Kaiserslautern im diesjährigen DFB-Pokalfinale den Titeljagd Kaiserslautern im diesjährigen DFB-Pokalfinale den Titeljagd